Ich habe bei Ihnen eine Frau gesehen, bei YouTube, ein Video. Ich möchte nicht Irkunde werden, noch nicht, aber diese Frau, die hat mich angesprochen, wie kann ich sie kennenlernen? Ich bekomme immer wieder diese Fragen, wo einige Männer sagen, ja Krieg und Russland, ich möchte noch nicht dahin fliegen und überhaupt, erst mal bin ich nicht in der Stimme, aber eine Frau vom Video hat mich sehr angesprochen, möchte ich die kennenlernen. Deswegen, wie Sie gemerkt haben, haben wir jetzt tatsächlich so ein Projekt gestartet, wie dein Video. Wenn Sie eine oder andere Frau mit Video entdeckt haben und Sie sagen, mit der möchte ich mal ein paar Worte austauschen, die hat mich besonders angesprochen, das können Sie machen. Wir haben ein kleines Paket entwickelt, wo Sie die Frauen kennenlernen können, ohne unser Kunde zu werden. Und wir haben noch auch Step-by-Step-Programm jetzt gestartet, wo Sie ohne auf Dauer das zu starten, Partnersuche, können Sie erst mal in einem Monat testen, gucken, wo Sie sagen, ja, ich schaue, nur diese Frau hat mich angesprochen, ich will jetzt noch nicht nach Russland fahren oder sowas, aber ich habe gesehen, diese Frau wohnt hier. Oder ich möchte dann nur mal schauen, ich bin noch nicht so sicher, ob das für mich oder nicht für mich ist. Deswegen haben wir diese Möglichkeit für Sie jetzt entwickelt, dass Sie zum Beispiel auch mit den Frauen treffen, die vielleicht hier in der Nähe sind, ohne die große Partnersuche zu starten. Mit diesen Frauen, die bei YouTube ihre Videos starten, machen. Ich finde es sehr schön, dass Sie sich so viele Mühe geben und mehr machen als nur die Frauen, die sich einfach so anmelden. Deswegen wollten wir diese Frauen ein bisschen mehr unterstützen, wo sie sagen, gut, du hast ein Video jetzt veröffentlicht, dann, damit wir dir mehr Freude machen und dass du mehr Chancen hast, dass ein Mann sich bei dir meldet, geben wir den Männern Möglichkeit, diese Frauen kennenzulernen, ohne dass sie unser Kunde werden müssen. Wie das geht, schauen Sie, unter diesem Video werde ich einen Link platzieren, wo das alles beschrieben wird, erklärt wird, wie Sie das machen können. Deswegen schauen Sie, wenn Sie ein Video sehen von der Frau, innerhalb von 30 Tagen nach der Veröffentlichung dieses Videos können Sie den Kontakt mit der Frau aufnehmen. Schicken Sie uns einfach ein Foto von Ihnen, schreiben Sie einen Brief dieser Frau und Sie haben es natürlich viel einfacher, weil Sie können der Frau direkt schreiben schon, Hallo, ich habe dein Video gesehen, ich habe gar nicht gedacht, irgendwie die Partnersuche anzufangen, aber ich war bei YouTube, habe zufällig dein Bild gesehen, gucke ich und da konnte ich mich nicht zurückhalten. Ich musste dich anschreiben. Und wer weiß, wer weiß, vielleicht haben Sie dieses Video nicht zufällig entdeckt. Vielleicht ist das so interessantes Schicksal. Deswegen haben Sie die Möglichkeit, das auszuprobieren, zu testen, zu prüfen. Und wer weiß, wenn Sie Glück haben, wenn das Schicksal ist, wenn das die Botschaft für Sie war, können Sie jetzt herausfinden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne anrufen, können Sie gerne uns eine E-Mail schreiben. Sie können gerne unter diesem Video Kommentare schreiben. Ich freue mich sehr, Sie zu beantworten. Bis auf das nächste Video.